Hey Leute, guten Tag auf meinem Kanal Leute und ja, in diesem Video zeige ich euch die Lösung zu dem Bonus-Stern, zu dem Geheimen Stern für die Woche 6. Wenn ihr alle Herausforderungen abgeschlossen habt, bekommt ihr ein Ladebildschirm und dort ist ein geheimer Code drauf oder manchmal versteckt sich auch ein kleiner Stern drauf und dieser Code, dieser Stern zeigt euch, wo der Geheimen, der Bonus-Stern zu finden ist. Und ja, in dieser Woche 6, also in der derzeitigen Woche, ist der Bonus-Stern in Risky Ways und genau bei dem roten Auto. Ich kann euch jetzt einen ganz genauen Stern jetzt nicht zeigen, weil ich die ganze Herausforderung nicht abgeschlossen habe, aber der Stern wird genau hier sein und ja, wie schon gesagt, falls ihr die ganze Herausforderung abgeschlossen habt, könnt ihr genau hier hinkommen und könnt euch den Bonus-Stern abholen. Wie schon gesagt, der liegt genau in Risky Ways, also genau hier. Ihr müsst einfach nur hinfliegen, einsammeln und dann habt ihr den Bonus-Stern eingesammelt und ihr bekommt eine Battle-Pass-Stufe dazu. Und ja, das war's dann mit dem Video, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und ja, so wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, haut rein, chibio, bye!